Ganz oft bekomme ich diese Nachricht über alle Kanäle Andreas, ich schaffe es nicht die Finger von Süßigkeiten wegzulassen. Oftmals überkommt mich es gerade abends, dass ich mir Süßigkeiten reinschieben muss. Ich habe einen richtigen Zucker-Hype, ich habe einen richtigen Schokoladen-Hype. Und ganz oft steckt folgendes dahinter, den ganzen Tag zu wenig gegessen, zum Frühstück nichts Wertvolles, zum Mittagessen nichts Wertvolles, keine wertvolle Proteine, keine wertvolle Fette, ganz wenig wertvolle Kohlenhydrate. Und was passiert? Abends, wenn der Geist zur Ruhe kommt, sagt das so mein Freund. Jetzt hätte ich gern das, was du mir den ganzen Tag nicht gegeben hast. Aber nicht in gesunder Form, sondern in ungesunder Form. Und genau deswegen präventiv Frühstücken, präventiv Mittagessen. Und schon läuft es.